So, das war das neutrale Ending, dann können wir jetzt, was steht eigentlich auf dieser Tafel? Ja, vielleicht haben wir uns schon einen Tipp gegeben, was wir noch machen könnten, um ein besseres Ending zu bekommen. Ob jetzt besser für uns oder für ihn, das ist ja alles Interpretationssache. Aber wie soll man mit anderen sprechen dann, von mir aus? Ähm, und natürlich nehmen wir den Aufzug. Als ob ich irgendwo hinlaufen würde. Dann hier. Äh, ich sollte auch reingehen. Ich hab mal gehört, Aufzüge funktionieren besser, wenn man drinnen ist, wenn sie fachs. Das halte ich aber für ein Gerücht. Das ist ne wilde Theorie hier, ich weiß schon. So, wo war jetzt der zweite Aufzug, mit dem ich direkt runterfahren kann? Warte, der hier? Ich glaub, der war vor dem Metatron. Yes. Wir sind. Ich weiß gar nicht, ob's so geändert hätte, wenn wir Flowey umgebracht hätten. Vielleicht hätten wir dann diesen Hinweis hier nicht bekommen, aber das war's auch schon. Keine Ahnung. Hm, das weiß ich auch nicht. I literally don't know fucking shit. Ich weiß nicht mehr, wo ich langgehe, so schlimm ist es schon nicht bestellt. Dich hatten wir schon. Gab's einen schnellen Weg zurück? Ja, ich kann leider auch nicht behaupten, ein wirklich gutes Gedächtnis zu haben. Ja. Also, ich überleg, ob ich den Aufzug verpasst hab, oder ob der noch kommt, der einen direkt ganz runterführt. Also vom Core direkt super weg. Ähm. Na, wir laufen mal. Das Ding ist, ich weiß nämlich auch nicht, wo ich anderen finden soll. Ah, hier ist der Aufzug, okay. Please select the location. Wir gehen mal nach ganz unten. Wo wollen wir suchen? Also wir können sie... Also, äh, Dings hat er gesagt, sie ist jetzt am Hotdog-Stand. Aber weil wir es fein neu geladen haben, könnte das noch gar nicht passiert sein, oder so. Das ist... Alles fragwürdig. Ah, hier ist schon mal niemand. Ja, wenn ich was davon wüsste, du bist jetzt ja weiter als ich es jemals war. Ich hab das ja nie komplett durchgespielt. Was? Hast du es nie durchgespielt? Das sollte man nachholen. In allem. Ah. Ah. Ich weiß ja nicht. Na gut. Trotzdem, ich, äh... Ich hab keine Ahnung, wie ich ihn muss. Ich mein, ich hab ja Speedruns hiervon gesehen, aber meistens waren es die mit dem neutralen Ende. Und dann... Kommt man halt nicht so rein. Hm. Ah, wie komm ich jetzt zurück? Vielleicht sollte ich einfach nachschauen. Das wär auch ne Option, ja. Ich geh erstmal zurück und dann schon mal weiter. Ich könnte auch ins Labor gehen, zu Elphys. Einfach so, weil ich's kann. Abgesehen davon bin ich dämlich. Das fällt mir jetzt auf. Ich hätte ja den, äh... Ich hätte ja das Boot nehmen können zurück. Bei den Hotlines ist ja... Hotlines ist ja die dritte Bootsstation. Ah, richtig. Welp. Ja, das ist zu spät. Ja, das ist zu spät. Aber können wir mehr Landschaftskliniken sind doch auch was wert. Schöne... Wasserfälle. Langweilig. Ich... Wir brauchen mehr Memes. Mehr Action. Mehr Memes. Nein, bitte nicht. Memes. Na, hier. Dann fangen wir halt... Bis, äh... Bis... Snowden von mir aus. Und währenddessen schau ich mir nach, wo zum... Fick... Andertale. Okay. Undertale-Wiki. So, wir machen was an. Könnte dieser Dialog bitte weggehen? So. Was müssen wir machen? Niemals Gegner töten. Gut, das haben wir. Wir haben Papyrus gedatet. Äh... Ich glaube, wir haben Wasser auf Anleihen gekippt. Ja. To the waterfall. Ach, ihr Haus ist beim Wasserfall, echt? Woops, okay. Ähm... Haben wir Mettaton gespaart? Ich glaube, ja. 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 Was ja eigentlich. Neutral route. Ja, gut. Die haben wir gemacht, natürlich. Okay, also wir müssen ja erstmal zum Wasserfall zu Anleins Haus. Scheinbar. Also zurück. War schön, trotzdem hier... Gewinn zu sein. Ja. Ich weiß leider nicht mehr, wo genau ihr Haus ist, aber das finden wir schon raus. Nein, nein, nein! Nein! Fuck! Warum komm aus diesem Menü nicht raus? Und warum... Bin ich... Scheiße! Nein! Ida nicht... Nö, wir haben ja Zeit also... Ich hab schon ganz andere Folgen mit viel mehr Scheiße vorgestopft als das. Come again sometime. So, yes, aber. Right in the boat. Waterfall. Ich halt einfach das nächste Mal nach oben, dann kann wenigstens nicht passieren. Komm ich wenigstens raus aus diesem Hüllen noch. Don't snoop behind people's houses. Das hat man schon. Komm, komm, komm. Lass mich hier. Bitte fucking raus. Oh, ist das schon wieder so weit? Ja. Es ist wieder Zeit für Memes. So, ist es hier. Blue. Hotland. Irgendwo ist Tammy Village. Ja, wo, wo ist Tammy Village? Ja, ist es nicht hier. Wo ist hier aus? Ich weiß sogar, wie hier aus aussieht. Ist es hier? Bombs, danke. The human arrived. Are you ready to hang out with Undyne? I have a plan to make you do great friends. Natürlich hängen wir auch. Dafür sind wir da. Stand behind me. Make sure to give her this. She loves these. Das sah aus wie ein Knochen. Glaube ich. Na, wer ist denn da? Hey Papyrus. Ready for your extra private one-on-one training. You bet I am. And I brought a friend. Hi, I don't think we've... Wait, I don't want you to come in. Here and I, my friend brought a gift for you. On their own. Thanks. I'll put it with the others. No, no, she likes it very much. I notice it. Yeah. Are we ready to start? Whoopsie doopsie, I just remembered. I have to go to the bathroom. You two have fun. Why are you here? Flowey hat's mir gesagt. Drop your victory near my face. Till you humiliate me even further. Is that it? Also eigentlich haben wir ja gar nicht gewonnen. Wir sind nur erfolgreich weggelaufen. Das stimmt. Ob man das als Sieg bezeichnen kann. Ja, weiß nicht. Ist es das? Nein, nein, natürlich nicht. Then why are you here? Wait, I get it. I think that I'm gonna be friends with you, huh? Right? Ja? Really? How delightful. I accept. Okay. Spiel vorbei. Credits. Ja, das war einfach. Let all the frolic in the fields of friendship. Not. Oh. Why would I ever be friends with you? If you weren't my houseguest, I'd beat you up right now. You're the enemy of everyone's hopes and dreams. I will never be your friend. Now get out of my house. Dang, what a shame. I thought I'd be friends with you. But I guess I overestimated her. She's just not up to the challenge. Oh. Oh. Umgekehrte psychologie. Papyrus, wait a second. Dad. He thinks I can't be friends with you. Haha. What a joke. I could make friends with a wimpy loser like you any day. I'll show him. Listen up, human. We're not just going to be friends. We're going to be... Besties. I'll make you like me so much, you won't be able to think of anyone else. It's the perfect revenge. Why don't you have a seat? Ah, this music. We have to miss it. One time Elphys friend came over here. All he did was lie seductively on the piano. And fattens left grapes. Nice. I don't really like that guy. But that's what it is, right? It's a sense. Right. So, why? You want to see my room? Too bad. No nerds allowed. Well, maybe some nerds. Verdammt. Und dann setzen wir uns mal hin. Comfortable? I'll get you something to drink. So, was hat's denn zu trinken für uns? Geht auch Pepsi? Oh, das wäre... ...tisch. Aus... ...geschützte Marken zu verwenden. Hey, don't get up. You're the guest. Don't enjoy yourself. Why not just point to what you want? You can use the spear. Sugar. Goes in tea. Soda. Hot chocolate. Tea box. Undine. Select with Z. Are you hitting on me? What? I drink very much sugar, by the way. That sugar is for the tea. I'm not going to give you a cup of sugar. What do I look like, the ice cream woman? The human ice cream woman terrorize humanity with energy spears. Is that it? I don't know. Are there ice cream songs a prelude to destruction? Quite often. Is that it? Really? That rules. äh dann nehmen wir eben soda oder limonade sieht vor allem dieser Gesichtsausdruck gerade das war fast niedlich fast besser als der Typ im Burgerladen Burgerpens rules Moment ich muss diese Aussage kurz Ausdruck verleihen wir haben es gleich oh 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 so warte 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 das Container ist Empty I stopped getting it because it was always a hassle escort aber ich stehe zu dieser Aussage escort kept getting Marshmallow stuck in his beard T T coming right up ach ah nein das siehst du nicht durch du bist zu weak dafür hohoho wenn sie das hören könnte ne ja it'll take a moment for the water to boil mal kurz auf meine imaginäre Armanduhr schauen es ist fünf vor zwölf auf meiner Platinuhr sick ich zieh den Goldständer aus deinem Arsch und schreie Excalibur schreie muss einfach mal random lines zitieren dürfen scheißegal here we are das ist doch nett Tee und ein Speer aus Energie ne beides konsumiere ich sehr gerne careful it's hot oh Siggi weiß es wie weiß dass ich heiß bin der Tee der Tee ist heiß nicht it's not that hot just drink it already you take a sip of the tea it's burning but other than that it's pretty good it's pretty good right nothing but the best for my absolutely precious friend hey you know it's kinda strange it shows that tea golden flower tea that's Asgore's favorite kind actually now that I think about it you kinda remind me of him you're both total weenies bitte was you know I was a pretty hot-headed kid ach damit hätte ich nicht gerechnet dass sie hitzköpfig waren überhaupt nicht once to prove I was the strongest I tried to fight Asgore and faces on tried I couldn't land a single blow on him and worse the whole time he refused to fight back I was so humiliated afterwards he apologized and said something goofy excuse me do you know how to beat me do you want to know how to beat me I said yes and from then on he trained me one day during practice I finally knocked him down I felt bad but he was beaming I had never seen someone more proud to get their butt kicked anyway long story short he kept training me and now I'm the head of the royal guard so I'm the one who gets to train dorks to fight like Papyrus kannst Papyrus nicht dork nennen 2016 das geht außerdem ist der ein cool dude das schnitt sich schon mal gegenseitig aus skelett rassismus but to be honest I don't know if I can ever left Papyrus into the royal guard don't tell him that I said that oh ich werd's ihm so sagen ich werd's ihm so sagen I mean it's not that he's weak he's actually pretty freaking tough it's just that he's he's too innocent and nice I mean look he was supposed to capture you and he ended up being friends with you instead ja das war auch deine Aufgabe was machen wir hier grade mhm ich nehm mir jetzt die Zeit das zu unterstreichen hmhm 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 oh oh sorry I was talking for so long you're out of tea aren't you I'll get you some more wait a second warum warum wir warten hm oh pyrus his cooking lesson he was supposed to have that right now and if he's not here to have it you will have to have it for him was für eine drohung ja oh das werde ich nicht aufsäuber ich wisch das nicht weg we'll come closer than you ever imagined ha ha afraid we're gonna be best friends nooo let's start with the sauce warum kommen wir in die soße Banane rein found them to dust with your fists found them to dust with your fists how will you pound strong wimpy immer wimpy you pet the vegetables in oh my fucking god stop petting the enemy genau das hat mir das spiel doch beigebracht alles zu petten was ich hin und lang gefasst das stimmt i'll show you how it's done oh jetzt kommt's ähm we'll just scrape this into a bowl later ok but for now we had the noodles hm ich frage mich was sind das denn für nudeln ähm was für eine art nudeln könnten das hier sein look if you had mom spaghetti we had the noodles yeah homemade noodles are the best but i just by store brand mom spaghetti mom spaghetti mom spaghetti exakt exakt that is the cheapest yeah just put them in the pot or will you put them in fiercely careful immer careful place the noodles in one at a time they clank against the empty bottom nice alright now it's time to stir the pasta the copy pasta as a general rule of thumb okay ich hab nicht gelesen the better it is ready let's do it oh warte wir müssen mashing also los geht's oh fuck 150 keyboard presses die sekunde sick mashing skills vor allem mit energie sperren kann ich das auch schwarzen abgesehen davon dass der topf jetzt kaputt ist ah that's the stuff alright now for the final step turn up the heat let the stuff top symbolize your passion let your hopes and dreams turn to burning fire ready don't hold anything back oh yeah oh hotter 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 ähm ich glaub kannst du auch ein bisschen übertreiben wenn es so weiter geht dann kann ich barmann werden ähm du hast einen Kopf aus Feuer ähm man no wonder papyrus sucks at cooking nene lief guter so what's next scrapbooking friendship bracelets oh who am i kidding i really screwed this up didn't i i can't force you to like me human some people just don't get along with with each other other i understand if you feel that way about me and if you can't be friends hat jemand gesagt friends da hab ich auch was passendes für oh oh was ist denn das fun ist wenn man das ist sowas wie weißt du wenn wenn man also irgendwie wenn Tja was ist fun auch in absoluter krasseker im hintergrund brennt alles scheiß egal mhm es passt sehr schön dass wir sie müssen es war sogar perfekt ge involvement Das hat doch rein gar nichts mit Fun zu tun. Pass auf, mach's mir einfach nach. Komm, Alter, geht noch. Die was unternehmen... Das ist doch völlig idiotisch. Weißt du was? Ich helf dir mal. F steht für Freunde, die was unternehmen. F steht für uns, dich und mich. Versuch's mal. Entsteht für endlich, haben wir mal Spaß. Ganz friedlich und freundschaftlich. Ich versteh das einfach nicht. Wunderschön. Ich höre mir den ganzen Song an, das ist mir scheißegal. Können alle vorschubeln, leck mich am Arsch. Ich genieße das jetzt. Das sollte man sich doch mal erlauben dürfen. Machen wir es nochmal? Okay. Entsteht für Freunde. An allen schönen Blumen. U steht für Ukulele. Entsteht für Naseweiß und ich mach mit bei jedem Scheiß und Lache. Aus dieser Seele. Sehr stark. Ich wünsche mir die Vorschlagleiste voll mit guten Spongebob-Songs ist. Der Riss in der Hose. Die Versuchung ist bestimmt sehr groß. Taubes Nüsschensong. Perry kommt nach Haus. Ah nein, Gary kommt nach Haus. Falsche Serie. Und wenn wir nicht Freunde werden können, dann ist das okay. Du musst nur die Musik vom Spiel wieder anmachen. Because if we are not friends, guess what? It means I can destroy you without regret. I've been defeated. My house is in shambles. I even failed to befriend you. That's it. I don't care if you're my guest anymore. One final rematch. All out on both sides. It's the only way I can regain my lost pride. Now come on, hit me with all you've got. Okay. Eins. One final rematch. What? Findest du denn, sie steht einfach so da so? Ja. What the fuck? Warum genieße ich das gerade so? Und warum lädt YouTube nicht, wenn ich was mache? Excuse me, why? Das hast du von all dem rumgemeeme. Ja, das habe ich. That's the best you can manage? You've been attacking at full force? You just can't muster any intent to hurt me, huh? Also, ich meine, bei Esco habe ich schon noch ein bisschen... You know what? I don't actually want to hurt you either. At first I hated your stupid second stick. But the way you hit me right now, it reminded me of someone I used to train with. Now I know you aren't some wimpy loser. You're a wimpy loser with a big heart. Ja, ein großes Herz ist übrigens eine ernstenehmende medizinische Kondition. Just like him. Soll es meinen Mann versuchen lassen. Listen, human. It seems that you and Esco are fated to fight. But knowing him, he probably doesn't want to talk to him. I'm sure you can persuade him to let you go home. Eventually, some mean human will fall down here. And I'll take you there. Soul instead. That makes sense, right? And if you do hurt Esco, I'll take the human souls across the barrier and beat the fucking shit out of you. That's what friends are for, right? Now let's get the hell out of this flaming house. I mean, so sieht's von außen irgendwie schöner aus. Well, that was fun, huh? Hat hier gerade jemand fun gesagt? Oh nein. F steht für Freunde. Sorry. We'll have to hang out again another time. But somewhere else, I guess. In the meantime, I guess I'll go hang with Papyrus. So if you need me, drop by Snowden, okay? If you ever need my help, just give Papyrus a ring. Since we're in the same spot, I'll be able to talk to. We'll see you later, punk. Oh, wait. This is sudden, but... Can you... Oh, your inventory's full. Fuck! Fuck! Fuck!